Wo kommen wir denn nur noch auf so Grenzegrillen hier? In ganz Venemark haben wir keine Pölzer mehr gefunden. Vor 20 Jahren gab es die noch. Jetzt haben sie die nicht mehr. Jetzt haben sie irgendwas anderes. Südländisches, zum Beispiel Döner. Hier sind wir in Deutschland. Schleswig-Holstein, das gelobte Land. Blau-Weiß-Rot. Hier ist alles besser. Tschüss.